Liebe Zuschauer, das Wahlstudio stellt sich vor und aus diesem Grunde schalten wir jetzt für die nächsten zehn Minuten in den Palast der Republik. Ich sprüh's auf jede Wand, neue Männer braucht das Land, ich sprüh's auf jede Wand. Guten Abend, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum ersten Mal aus dem Wahlstudio des Deutschen Fernsehfunks. Wir melden uns hier aus dem Palast der Republik und der wird mindestens bis morgen von den Medien besetzt bleiben. Unsere Sendemannschaft, das heißt alle, die dieses Studio aufgebaut, kilometerlange Strippen verlegt und jetzt mit Kamera, Licht, Ton und Maske dafür gesorgt haben, dass sie dieses Bild empfangen. Wir sind hier vor und hinter den Kameras etwa 200 Leute. Natürlich mit der erhöhten Pulsfrequenz, aber vor allem mit dem Bemühen, Sie mit unseren Sendungen heute und morgen bestens zu informieren und das umfassend, vielseitig und abwechslungsreich. Was am Ende des Ganzen steht, da sind wir morgen schlauer und dieses Morgen wird nicht vor 23.30 Uhr sein, wenn es ein vorläufiges Endergebnis gibt. Damit dieses Wahlresultat zustande kommt, arbeiten am Sonntag Computer des Infas-Institutes. Wir haben die fortlaufenden Zahlen der Wahlkommission anliegen und etwa 1000 Befrager sind im Lande unterwegs. Genaue Auskunft dazu jetzt von meinem Kollegen Helmut Hartung, der für Sie auch morgen die Wahlergebnisse präsentieren wird. Guten Abend. Ja, guten Abend. Die Sache mit den genauen Ergebnissen, das ist so eine Sache, dafür ist unsere Zeit viel zu kurz. Ich will bloß mal zu einer Sache kommen, die morgen uns natürlich beschäftigen wird. Das ist die Frage der Hochrechnung. Ein Begriff, der nun in den letzten Tagen die Runde schon gemacht hat. Wir wollen natürlich morgen eine Hochrechnung präsentieren. Das heißt, wir wollen bereits zu einem relativ frühen Zeitpunkt das vorläufige Endergebnis sozusagen schon vorwegnehmen. Und wir rechnen damit, dass diese Hochrechnung so gegen 19.30 Uhr, 19.45 Uhr von uns schon verkündet werden kann. Und ich will eigentlich jetzt Ihnen mal sagen, wie diese Hochrechnung sozusagen zustande kommt, aus welchen Stimmbezirken wir dabei schöpfen können. Und wir haben zu diesem Zwecke eine Grafik vorbereitet, die ich Ihnen jetzt mal zeigen möchte. Also Sie sehen da nochmal, dass wir insgesamt 12,3 Millionen Wahlberechtigte haben und es in der DDR über 20.000 Wahllokale gibt. Von diesen 20.000 Wahllokalen haben wir nun einen Teil für unsere Hochrechnung ausgewählt. Das ist die sogenannte Stichprobe. Das heißt, wir sind morgen in 266 Wahllokalen vertreten. Und diese Hochrechnung entspricht dann sozusagen der Abstimmung von 153.000 Leuten. Das heißt, die 153.000 Wähler sind die Basis für die Hochrechnung. Also sie sind ein verkleinerter Ausschnitt aus dem großen Kuchen der 12 Millionen Wähler. Und diese Informationen über diese Wahllokale laufen dann hier am Abend nach 18 Uhr im Palast der Republik auf, gehen in den Computer, werden sozusagen addiert und bilden dann die Basis für die Hochrechnung. Wir sehen hier 266 Wahllokale. Sind die auf das ganze Land verteilt? Und wie sind sie verteilt? Naja, wir haben uns natürlich bemüht, nach demoskopischen Aspekten diese Stimmbezirke im ganzen Land auszuwählen. Dazu gibt es auch wieder eine Karte, wo wir diese Verteilung mal deutlich machen wollen. Mal sehen. Ja, die Regie zeigt uns die Karte. Also es ist vielleicht nicht ganz so deutlich zu erkennen, aber man sieht die kleinen Punkte hier auf dieser schönen Karte. Also die Gebiete, die dichter besiedelt sind, da haben wir natürlich auch bedeutend mehr Stimmlokale ausgewählt. Und in den Gebieten, die nicht so dicht besiedelt sind, weniger. Wir sind in Städten, wir sind in den Landgemeinden. Also wir haben versucht, sozusagen dort das ganze Land mit einem Netz zu überziehen, um dort auch einen repräsentativen Querschnitt zu erhalten. Besonders interessant sind ja auch immer historische Vergleiche. Sie haben da etwas analysiert. Können Sie das schon verraten? Naja, ich will es mal andeuten. Es ist natürlich nicht so einfach mit historischen Vergleichen. Wir waren in Archiven, wir haben alte Unterlagen gewälzt. Und wir haben zum Beispiel mal uns angesehen, wie dann die letzten Freien Wahlen 1946 ausgesehen haben. Auch dort haben wir eine Karte, die wir mal zeigen wollen. Ich will es bloß mal andeuten. Hier ist sozusagen sichtbar, wie 1946 gewählt wurde, wie sich die Parteienlandschaft verteilt hat. Mehr dazu wollen wir aber jetzt noch nicht verraten, denn mehr dazu morgen Abend in unserer Sendung. Ich kann aber so viel schon sagen, wir haben auch die alten Länderstrukturen wieder in den Computer eingegeben. Wir wollen auch dort bestimmte Vergleiche heranziehen, um nicht nur in die Vergangenheit zu gucken, dann vielleicht auch in die Zukunft der Entwicklung der DDR. Nun ist es ganz klar, dass die Wahlen bei uns im Lande natürlich in der BRD auf großes Interesse stoßen. Welche Ergebnisse gibt es denn da im Vergleich beider Länder? Naja, ich muss sagen, auch da hilft uns wieder eine Infas-Grafik, da mal genau hinzugucken. Die Frage haben sich ja viele gestellt. Der Wahlkampf hat ja in den letzten Wochen an Intensität zugenommen, ob nicht unsere Leute langsam müde geworden sind. Wir gucken uns die Grafik mal an. Ich glaube, sie sagt was anderes. Also wir haben hier den Vergleich gleich mit der Bundesrepublik. Und schon die ersten Kugeln machen deutlich, dass das Interesse in der DDR bedeutend größer ist am Wahlkampf als in der Bundesrepublik. Vielleicht liegt es auch daran, dass man so eine Art Wahlkampf dort schon bedeutend mehr gewohnt ist als bei uns. Dann möchte ich mich ganz herzlich für diese aktuellen Informationen bedanken. Hoffen wir also nur, dass morgen dann kein Spatz auf der Leitung sitzt und alles auch technisch gut über den Bildschirm kommt. Liebe Zuschauer, ich möchte Ihnen jetzt noch zeigen, was wir hier in unserem Wahlstudio vorbereitet haben. Über Infas haben wir bereits gesprochen. Wir zeigen Ihnen jetzt noch mal die Arbeitsplätze. Dann an diesem Polit-Tresen wollen wir Parteipolitiker unseres Landes und der BRD ausfragen. Sylvia Blesmann und Peter Gütte werden hier für heiße Debatten sorgen. Nachrichten aus aller Welt werden von Renate Krawlitzki gesprochen und seinen politischen Kommentar zu den Ergebnissen und zu internationalen Reaktionen gibt Bert Sprafke ab. Harald Händel wird für uns im Foyer sein und sich mit Mikrofon und Kamera in das Eingangsgedränge stürzen. Und eine Etage über uns gibt es dann noch eine Prominentenbar. Sie wird Anlauf und Treffpunkt für Künstler, Sportler, ehemalige Politiker und einige Überraschungsgäste sein.